Einen wunderschönen guten Abend und Willkommen zu Super Mario Bros. 2 Das erste Mal dass ich das Spiel durchspielen werde tatsächlich was hier war teilweise doch Zeug irgendwie versteckt Ich weiß auch teilweise gar nicht was die bewirken ich weiß gibt irgendwie so ein drang der kann irgendwie Türen aufmachen wenn du die an bestimmten stellen machst kriegst du irgendwie noch Leben glaube ich Ja Damit hat sich's auch so ziemlich Da haben wir einen one up nice Ja geil let's fucking go Oh das war so ein drang für die tür ich habe gerade nur nicht aufgepasst wahrscheinlich wird es jetzt hier nichts geben oder doch da ist ein pilz Ein drittes herz geil Da haben wir schon Börl Okay Oh Ach verdammt Dankeschön Okay Okay doch was fällt Klingt so Oh fuck Ah Dich kenn ich doch Ich hab ganz ver- uff Ganz vergessen dass den hier Tatsächlich gibt Nein Dich 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 Nein Danke. Pfff... Alter! Ich hoffe, ich fange am Anfang der Welt an und nicht wieder komplett bei 1-1. Ich game over-gehe. Geil! Geschafft! Wir sind beim Boss. Äh, was ist eigentlich schon? Sammy, kennst du den noch? Gut zu wissen, dass ich die einfach auch fangen kann. In der Luft. Oh, oh. Ich kann die da oben ablegen? Okay, interessant. Und... Hmm... Darf ich den auch einfach nicht treffe? Ich kriege die halt immer nur da hinten hingeworfen. Ich muss die ablegen, wirklich. Okay, der braucht mehr als drei Hits. Nein! Scheiße. Ich glaube, das ist mein letztes Leben, ne? Alter. Okay, ich kriege es irgendwie gerade nicht mehr da. Shit! Dieser Bombenradius ist so klein. Klein. Ah, geht doch! Okay. So. So. Gutsch eine grüne bürde grün bürde ist drachen bürde und schlug nur feuer oder halt werfen und nicht Danke. Geht doch. Okay, ne Grabbe. Scheiße. Wow, doppelt Hit. Yes. Ah, Vetex geschafft. Wow. Hä? Nein. Ist das jetzt ernsthaft ein Boss? Scheiße. Ich bin erst in 7-2, nicht in 7-3. Wieso kommt hier noch ein Boss? Scheiße. Ja, ich schaff den nicht first try. Scheiße. Ja, ich schaff den. Ja, ich schaff den. Ah. Ich schaff den. Ich schaff den. Ja. Ja, kacke! Scheiße. Drei. Alter! Vier. Scheiße. Nicht gezählt. Fünf. Sechs. Ah, lol, dann habe ich dich tatsächlich verzählt. Okay, da muss ich zwei daneben gelegen haben. Oh, ich hab's! Danke, 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 danke. Ja, gut, ich hab, glaube ich, ein bisschen viel mit Peach gespielt. Mario war auch dabei, genau. Ja, genau. Ansonsten, wenn du jemanden kennst oder so von Retro Archivments, dann da mal nachhaken. Mal anfragen. Jetzt sehen wir auch endlich, dass es ein Traum war. Mal anfangen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020